Ich erlebe es immer wieder, dass am Ufer gegrillt wird, was ja bei dem Wetter eine total coole Idee ist und eine coole Sache ist. Was aber am Ende halt doof ist, dass der ganze Müll dann manchmal dann im Wasser landet und bei uns am Steuer hängt und ich finde die Faulheit sollte nicht siegen. Also denkt dran, immer den Müll mit nach Hause nehmen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR